Hallo und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich Lamingtons. Was sind Lamingtons? Das kommt aus Australien und das sind Schoko-Kokoswürfel, also ein Gebäck aus Biskuitteig, der wird in einer Schokosauce gedrängt und anschließend in Kokosraspeln gewälzt. Super lecker, ich liebe ja alles mit Kokos. Ich kann euch dann auch noch Abwandlungsmöglichkeiten auf meinem Blog sagen. Wer zum Beispiel Kokos nicht so gerne hat, aber das dennoch einmal ausprobieren möchte. Das Rezept ist heute vegan, schmeckt super lecker, es ist richtig fluffig der Teig, saftig und total einfach gemacht. Wirklich mal eine Abwechslung für eure Kaffeetafel oder zum Beispiel auch für einen Kindergeburtstag. Und wie das Ganze jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Als allererstes beginne ich mit den trockenen Zutaten und da gebe ich hier durch mein Sieb in meine Schüssel Dinkelmehl. Und zwar habe ich jetzt hier Dinkelmehl Typ 630. Ich verwende auch gerne Typ 1050 oder eine Mischung von 630 und Vollkornmehl. Das geht auch sehr gut. Und die Typenanzahl, die sagt immer aus, wie viele Mineralstoffe noch in dem Mehl enthalten sind. Dann kommt noch eine Prise Salz hinzu. Als nächstes gebe ich noch Speisestärke hinzu und das sorgt dafür, dass der Teig so ein bisschen fluffig wird und sehr fein. Als nächstes kommt ein Teelöffel Natron dazu. Dann zwei Teelöffel Backpulver. Als nächstes gebe ich 50 Gramm Kokosblütenzucker hinzu und den mag ich sehr gerne, weil der so einen richtig schönen karamelligen Geschmack hat. Als nächstes gebe ich noch ein bisschen Tonkabohne hinzu und das schmeckt richtig lecker, so eine Art Vanille-Geschmack und Marzipan-Geschmack. Und das reibe ich rein mit der Muskatnussreibe, weil die sehr, sehr hart ist und anders würde das gar nicht funktionieren. Wenn ihr das nicht zu Hause habt, dann könnt ihr auch zum Beispiel Vanille nehmen oder das einfach weglassen. Das Ganze siebe ich jetzt gut durch, damit ich keine Klümpchen erhalte und dass ein wirklich schöner, feiner Teig wird. Die groben Zuckerstücke könnt ihr wieder reinschmeißen, weil die lösen sich dann in der Flüssigkeit auf. Die trockenen Zutaten einmal gut zusammen vermischen und jetzt geht es weiter. Jetzt gebe ich zu meiner pflanzlichen Milch noch zwei Esslöffel Apfelessig hinzu. Und das Ganze lasse ich jetzt kurz stehen und das Ganze wird jetzt so eine Art Buttermilch und das hilft unserem Teig, dass er richtig schön saftig wird. So, in der Zwischenzeit bereite ich schon mal meine Backform vor und ich habe hier eine ganz normale Brownie-Form genommen und werde die jetzt noch mit Backpapier einkleiden. Und dafür zerknülle ich das am besten immer. Und so passt es sich dann viel einfacher der Form an. So, jetzt kommen die flüssigen Zutaten zu den trockenen und ganz wichtig bei veganen Teigen ist immer ganz, ganz kurz mischen. Also es muss nicht zu perfekt gemischt sein, wirklich auch nicht lange rühren, sonst kann es sein, dass da wieder zusammenfällt. Also wirklich ganz, ganz kurz und dann geht es sofort ab in den Backofen. Mein Teig ist jetzt fertig für den Backofen. Dort bleibt er circa 15 bis 20 Minuten bei 180 Grad Umluft. Ihr schaut einfach dann mit der Stäbchenprobe nach, ob der wirklich schon durchgebacken ist. In der Zwischenzeit mache ich schon mal weiter und zwar bereite ich jetzt schon mal den Guss vor, den Schokoguss. Und zwar braucht man dazu zwei Esslöffel Kokosöl und hier habe ich noch 50 Gramm ganz dunkle Schokolade, ungefähr 80% Kakao-Gehalt. Denn je mehr Kakao enthalten ist, desto weniger Zucker ist enthalten. Und so gebe ich das Ganze jetzt in die Mikrowelle bei kleiner Stufe und lasse das Ganze schmelzen. Natürlich könnt ihr das Ganze auch über einem Wasserbad machen oder ganz vorsichtig im Topf. Zu der geschmolzenen Masse gebe ich jetzt noch ein bisschen Süßungsmittel hinzu und ich gebe heute zwei Esslöffel Aachen-Sirup dazu. Und um die Schokosauce noch ein bisschen zu verflüssigen, habe ich hier noch ein bisschen heißes Wasser. Nicht erschrecken am Anfang, wenn ihr das Wasser dazu gebt, dann wird das Ganze etwas dicklich werden. Und dann gebt ihr einfach noch mehr Wasser hinzu, bis die Konsistenz wirklich ein bisschen flüssig, dickflüssig ist. So ist es dann perfekt. So, mein Gebäck ist jetzt vollständig ausgekühlt. Jetzt geht es weiter und ich schneide die ganz typischen Würfel für die Lamingtons. So, weiter geht es mit den Würfeln und zwar müssen die jetzt in der Schokosauce getränkt werden von allen Seiten und anschließend werden sie dann in den Kokosraspeln gewälzt. Und wer keine Kokosraspeln gerne hat, der kann zum Beispiel auch gemahlene Mandeln oder gemahlene Haarbrüse verwenden. Oder ihr lasst sie einfach pur, nur mit Schokolade. Oder ihr lasst sie einfach nur mit Schokolade. Meine Lamingtons sind jetzt fertig und ich finde, die sehen einfach super aus, wenn man sie so hoch stapelt. Und die sehen nicht nur super aus, sie schmecken auch super lecker. Total fluffig, saftig, schokoladig und nach Kokos. Was will man mehr? Super lecker, müsst ihr alles unbedingt neu ausprobieren. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Rezepte mehr. Und dann freue ich mich natürlich über Kommentare auf meinem Blog www.froyannik.com. Dort findet ihr auch wie immer die ganzen Mengen Angaben zum Rezept. Außerdem könnt ihr mir auch gerne ein Foto schicken und das geht am einfachsten über Instagram. Und da am besten über den Hashtag www.froyannik.com. Und dann über den Hashtag www.froyannik.com oder www.froyannik.com. Das freut mich jedes Mal riesig, wenn ich von euch Post erhalte. So, ich gehe jetzt Slammingtons essen. Viel Spaß beim Ausprobieren, falls ihr es ausprobiert. Müsst ihr aber unbedingt machen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Janik. Tschüss, eure Frau Janik. Tschüss, eure Frau Janik. Tschüss, eure Frau Janik.